Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Shoki Banoki on the road. Mit dabei heute der Pujan, der Thorsten, der sich da gerade noch ein bisschen versteckt. Komm mal in die Mitte. Wir spielen heute wieder das Wahnsinns fette Bräute. Pujan stellt eine Frage und wir müssen auf die Antwort kommen. Genau, hier ist die Frage. Warum bezog 2003 ein Privatmann mit einem Panzer Stellung vor dem Londoner Flughafen Luton? Aus Protest. Er wollte etwas vorführen. Der ist nämlich privater Sammler und der Panzer hat eine historische Bedeutung und ist mit dem Panzer davor gefahren und hat da Stellung bezogen und die Touristen durften dann sich mit dem mit dem Panzer positionieren und ablichten lassen. Thorsten, was sagst du dazu? Totaler Quatsch. Totaler Quatsch. Regie? Totaler Quatsch. Er hat einfach Terroristenabwehr gemacht. Terroristenabwehr. Mit einem Panzer auf dem Flughafen. Einen einzigen Panzer oder was? Ja. Auf dem Flughafen. War auch nur ein einziger Terrorist oder was? Wieso? Ein Panzer reicht über mehrere Terroristen. Also er hat keine Terroristenabwehr gemacht. Wo war das nochmal? Looten. Looten? Looten. Looten. Looten den einfach ein. Oh mein Gott. Ist das schlecht. Also dieser Panzer, dieser Panzer war besonders wahrscheinlich, oder? Nein. War kein besonderer Panzer? War kein besonderer Panzer. War ein alter Panzer. Zweiter Weltkrieg. Es war ein Panzer. Es ist irrelevant, was das für ein Panzer war. Okay, also es ist nicht relevant. Okay, also das heißt aber, die Aktion war relevant. Vielleicht war die Message relevant. Message. Die Message, okay. Die Message des Mannes, der war nicht eingeladen worden, sondern der hat das aus eigenen... Aus freien Stücken. Aus freien Stücken gemacht. Ja. Also das war seine eigene Idee. Ja. Keine Stadtaktion oder so. Nein. Okay. So. Das heißt, er ist da dann vorgefahren und es war auch nicht geplant und es war plötzlich an diesem Tag für alle anderen. Und er hat gesagt, freie Liebe für alle in meinem Panzer. So was. Also sagen wir mal so. Es gab einen Grund, warum er zum Flughafen gefahren ist. Okay. Weil er selbst in dem Gewerbe tätig ist. Im horizontalen Gewerbe? Im horizontalen Flughafengewerbe. Ja. Also er ist im Bodenpersonal. Er ist Pilot. Nein, er ist nicht Pilot. Er ist mehr als das. Er ist mehr als Pilot? Ja. Das gibt's doch gar nicht. Was ist man denn? Wer ist Pilot? Er wollte für eine neue Startbahn demonstrieren. Für wen arbeiten denn Piloten? Piloten arbeiten für Fluglinien? Genau. Fluglinienbesitzer? Genau. Er war Fluglinienbesitzer? Genau. Er war Fluglinienbesitzer? Ist er ja immer noch. Immer noch. So. Und dieser Fluglinienbesitzer ist mit dem Panzer davor gefahren und wollte... Er wollte nicht protestieren. Wollte Werbung machen? Ja, er wollte... Das nennt man Guerillamarketing. Ah. Er wollte Werbung machen für seine Fluglinie. Und die Fluglinie heißt Panzer Airlines. Das ist ein geiler Name für eine Fluglinie. Schafft Vertrauen. Oh, Mann. Kommt mich hier raus. Also diese Fluglinie... Das ist seine eigene Fluglinie. Lauda. Niki Lauda. Niki Lauda ist mit dem Panzer vorgefahren. Ich glaube, der hat schnellere Autos bevorzugt. Jaja, aber... Ein gutes Gegensatz. Kenne ich diese Airline? Ja. British Airline? Nein. Lufthansa? Ja, der Besitzer von Lufthansa war es. Genau. Der Herr... Der Herr Hansa. Also. Ich löse das mal auf. Was denn jetzt? Ich war doch schon nah dran. Der Chef von Ryanair, O'Leary, wollte seiner Konkurrenz von EasyJet, wollte sie zur Kapitulation zwingen und ist deshalb vor dem Flughafen auf seinen Panzer gestiegen und forderte die Belegschaft von EasyJet auf, sich schnellstmöglich eine neue Arbeit zu suchen. Und O'Leary hatte sein Ziel erreicht, nämlich seine Aktion war in allen Nachrichten. Das heißt also, der hat einfach gesagt, ihr könnt kapitulieren, oder was? Genau. Ich bin kurz davor, euch wegzubomben, kommt zu mir oder ihr seid des Todes. Ja, super Idee. Kann passieren. Das war Shoki Banoki On The Road mit einem neuen Nachricht. Wie sagt man sowas? Mit so einem Special. Special, genau. On The Road Special mit Thorsten, der Undertaker da hinten. Genau. Ja, hallo. Dann werde ich sagen, Thorsten auch. Na hallo. Thorsten! Hallo. Ja, genau. Ja, und der Pujan und ich bin der Sashi. Alles klar. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr reinschaltet. Bis dann. Cheerio, Miss Sophie. Bye, bye. Tschüss. 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 Vielen Dank.